hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal eddie die smart home ja nach einer etwas längeren zwangspause ist es heute wieder soweit ich kann wieder ein video für euch drehen und im heutigen video geht es darum wie ihr einen solchen usb sickb stick der an eurem proxmox server angeschlossen ist wie ihr den durch proxmox in euren container also in euren lxc container durchreichen könnte denn das ist gar nicht so einfach ich hatte ja in den letzten videos gezeigt wie ihr proxmox installiert und dann gab es ja auch noch mal ein video wie ihr den iobroker auf proxmox installiert und dann kam immer wieder die frage wie man denn einen solchen sickb stick in einen lxc container durchreicht denn das ganze ist wie gesagt nicht so einfach wie wenn ihr es mit einer virtuellen maschine machen würde wenn ihr es bei einer virtuellen maschine machen würde dann während 1 2 3 4 mausklicks und dann ist dieser usb stick in iobroker verfügbar aber wenn ihr den iobroker in einem lxc container installiert habt oder irgendwas anderes dann ist das ganze ein bisschen schwieriger da muss man ein bisschen tricksen damit das ganze funktioniert und vor allem auch dass es zuverlässig funktioniert also falls euch das thema interessiert dann bleibt dran nach einem kurzen intro geht es los und denkt dran falls euch das video gefallen oder geholfen haben sollte würde ich mich über einen daumen hoch und ein abo sehr freuen und nicht vergessen die kleine glocke zu aktivieren damit ihr benachrichtigt werdet sobald ein neues video online ist in diesem sinne viel spaß mit dem video bis gleich schön dass ihr dran geblieben seid okay bevor ich loslege noch mal kurz um was es geht ich hatte ja in einem der letzten videos gezeigt wie ihr proxmox installiert und in dem nächsten teil hatte ich dann gezeigt wie man iobroker auf diesem proxmox server installiert und das ganze hatte ich damals gezeigt mithilfe eines lxc containers und das problem bei dem lxc container ist dass man dort nicht ohne weiteres irgendwelche usb geräte also so was wie zum beispiel den sickby stick oder ein wlan stick oder was auch immer einfach so in diesen lxc container weiter reichen kann das funktioniert wie gesagt bei einer virtuellen maschine sehr einfach aber bei einem lxc container ist das ein bisschen schwieriger und das thema des heutigen videos ist halt wie man das ganze in ein lxc container durchreichen kann okay dann würde ich sagen legen wir sofort los also ihr meldet euch auf eurem proxmox server an geht hier auf euren proxmox server in die shell rein und dann müssen wir ein paar befehle eintippen und uns ein paar informationen sammeln eine datei editieren und dann sollte das ganze funktionieren ich habe hier auch noch mal eine kleine datei erstellt die stelle ich euch nachher zur verfügung das heißt in der video beschreibung ist der link zu dieser datei und in dieser datei müssen wir halt diese ganzen stellen hier also alle die mit xxx 123456 und so weiter müssen wir alle editieren und dort kommen halt informationen rein die wir gleich sammeln das heißt als erstes gucken wir nach ob der usb stick überhaupt am system angeschlossen ist das heißt ihr müsst ja wenn ihr einen solchen sich wie stick installiert beziehungsweise an den computer anschließen müsste ja nichts installieren der treiber wird automatisch installiert und sollte dann in eurem system erscheinen also wir machen zuerst mal ein ls usb dadurch werden uns alle usb geräte angezeigt die an diesem server angeschlossen sind und einer davon ist halt hier in meinem fall der combi stick von dresden elektronik okay wir brauchen hier ein paar informationen zum einen hier diese 001 diese 004 und das hier also dieses 1 cf1 in meinem fall diese 1 cf1 die kann ich schon mal hier eintragen also bei der 5 das brauchen wir später was das genau ist erkläre ich später noch mal und bei der 6 fragen wir hier die zweite nummer ein in meinem fall ist es die 0030 so das heißt in diesem part hier hätten wir fertig so würde der später dann aussehen so was wir hier aber noch brauchen ist einmal die busnummer also wo das ganze angeschlossen ist und die geräten nummer und die benötigen wir um unsere geräten nummer uns anzeigen zu lassen so das ganze machen wir mit ls minus l dann dev die befehle blende ich euch ein und jetzt müssen wir also hier hier dieses dev bus usb und hier als erstes kommt dies hier rein also in meinem fall die 001 und dann noch mal ein schrägstrich und dann kommt diese nummer hier rein in meinem fall wäre es die 004 bei euch steht da vermutlich irgendwas anderes und ihr müsstet das dann halt damit abändern also als erstes kommt die 001 und dann die 004 bestätigen das ganze und dann wird uns das hier angezeigt hier benötigen wir diese zahl in meinem fall ist es die 189 und die 189 tragt ihr einfach hier ein also ersetzt dieses 661 durch die 189 als nächstes benötigen wir die exakte geräte bezeichnung das finden wir aus indem wir ls dev also indem wir das hier eingeben und bestätigen das ganze und dann sollte die geräte bezeichnung hier erscheinen auch hier wieder wir kopieren uns das ganze und tragen das ganze hier bei der 6621 das ist zweimal vorhanden deswegen zweimal das ganze hier rein kopieren also bei euch steht dann natürlich irgendwas anderes ihr kopiert dann das dort rein achtet darauf dass keine unnötigen oder mehr keine leerzeichen mit kopiert werden oder ähnliches weil es ansonsten zu fehlern führen würde so als nächstes müssen wir uns ich bin mir nicht sicher wie man das ganze ausspricht tt y ac m und ja anzeigen lassen und das machen wir mit dem befehl ls minus l und dann ein dev tt y ac m und ein sternchen und dann sollte uns hier diese nummer angezeigt werden also bei euch sollte das auch so aussehen hinter dem teil out müsste eine zahl stehen und diese zahl tragen wir hier bei der 3 1 166 und falls ihr einen combi stick 2 habt dann müsst ihr noch folgendes erstellen wir müssen noch einen ordner und eine geräte datei erstellen das ist soweit ich weiß nur bei dem combi stick notwendig bei allen anderen funktioniert es auch ohne diese datei also falls sie einen combi stick habt dann macht ihr das ansonsten könnt ihr das einfach überspringen also als erstes müssen wir ein verzeichnis erstellen das verzeichnis erstellen wir mit folgendem befehl so der verzeichnis fahrt lautet so war lip lxc und dann hier die 103 das bezieht sich auf eure container id das heißt falls hier bei euch eine andere zahl stehen würde nicht wie bei mir die 103 dann tragt ihr dort eure zahl ein ansonsten war es das bestätigen das ganze dann wird der fahrt hier erstellt als nächstes navigieren wir in den fahrt rein also am besten einfach mal einmal die pfeiltaste nach oben und dann hier nach links navigieren cd dann muss man das ganze nicht mehr ein tippen dann befindet ihr euch in diesem fahrt und jetzt müssen wir diese spezielle geräte datei erstellt und das machen wir mit dem befehl mk not so die 166 in meinem fall bezieht sich hier auf die zahl die wir hier oben ausgelesen haben das heißt hier hatten wir 166 ausgelesen und diese 166 kommt auch hier beziehungsweise in die zahl die bei euch hier drin stand kommt dann hier rein jetzt habe ich ganz vergessen zu erzählen wofür wir das ganze machen also bei dem combi stick 2 ist es halt so dass der ab und zu mal die verbindung zum container verliert das heißt falls ihr den stick zwischendurch mal herausziehen würde dann kann es passieren dass sich der stick nicht mehr automatisch beziehungsweise nicht mehr automatisch durchgereicht wird oder wenn ihr den proxmox server neu startet dann wird er auch nicht automatisch durchgereicht und das hier bewirkt dass das ganze auch funktioniert wenn ihr den stick zwischendurch mal raus zieht oder was auch immer macht also wie gesagt für den combi stick müsst ihr das machen oder solltet ihr das machen ansonsten könnt ihr den teil hier überspringen okay also make note minus m 666 und dann hier tt y ac m 0 und wie gesagt hier die 166 bezieht sich auf diese zahl die wir hier raus bekommen haben beziehungsweise was wir hier unten eingetragen haben okay bestätigen das ganze und die datei wurde erstellt als nächstes müssen wir in das proxmox container konfigurations verzeichnis wechseln das machen wir mit cd und dann etc tv lxc und wechseln in dieses verzeichnis machen einmal ein ls um uns die dateien dort aufzeigen zu lassen in meinem fall sind jetzt dort zwei konfigurations dateien vorhanden weil ich nur zwei lxc container installiert habe das ist einmal die 103 und einmal die 250 und die werden hier mit diesen dateien hier abgebildet okay als erstes müssen wir eine kopie dieses container dateien beziehungsweise dieser konfigurations dateien erstellen das machen wir mit cp 103 punkt kommt das ist der name der datei wie es jetzt ist und wir erstellen eine kopie davon nennen die auch 103 punkt kommt punkt backup und dann sollte eine backup datei erstellt werden wir überprüfen das ganze in dem wir noch mal ein ls machen und dann sollten hier drei dateien vorhanden sein okay jetzt können wir diese 103 editieren das heißt wir öffnen das ganze mit nano oder vi falls ihr das habt also nano 103 punkt kommt am besten richtig schreiben und dann sollte das ganze so oder so ähnlich aussehen falls ihr einen aktiven snapshot hat dann sieht das ganze hier so aus das heißt ihr habt das ganze zweimal und was wir jetzt machen müssen ist diese datei die wir hier eingetragen haben oder den text den wir hier eingetragen haben müssen wir hier hinter dieses privilege 1 hinzufügen also nicht hier nach hinten sondern hinter dem ersten teil falls ihr diesen teil hier unten nicht haben solltet manchmal ist der leer also wenn ihr kein snapshot habt dann ist das ganze nicht vorhanden aber falls ihr einen habt dann kommt das ganze hier dazwischen das heißt wir fügen einfach den textinhalt den wir hier haben fügen wir einfach hier oben hinzu was ihr jetzt noch wissen müsst ist falls ihr den combi stick habt dann müsst ihr diesen textinhalt hier hinzufügen hier fehlt noch die vier sehe ich gerade beziehungsweise die fehlt nicht sondern hier kommt die container id rein das heißt also falls ihr einen combi stick habt dann muss diese zeile hier hinzugefügt werden dann braucht ihr diese zeile hier nicht dann könnt ihr die hier weglassen oder aus kommentieren so wie ich es gemacht habe mit einer raute aber falls ihr keinen combi stick habt dann macht ihr so lasst ihr diese datei oder diese zeile hier weg kommentiert das ganze aus und aktiviert diese zeile und falls ihr einen combi stick habt dann macht ihr das ganze so und hier kommt die container id eures brokers rein also in meinem fall die 103 und falls es bei euch eine andere zahl ist dann tragt ihr die ein also so sollte das ganze aussehen ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich erklärt also falls ihr einen combi stick habt dann kommt die letzte zeile hinzu ansonsten kommt die vorletzte zeile hinzu ich kopiere jetzt einfach alles und füge das ganze einfach hier ein und dann sollte das ungefähr so aussehen so überprüfen noch mal dass alles drin ist also das hier war die 1 die hatten wir als erstes uns rausgesucht dann kommt hier einmal die bezeichnung des sticks zweimal taucht das ganze auf dann einmal die 166 die wir uns rausgesucht haben und hier tragt ihr falls sie einen combi stick habt diese zeile hinzu und tragt hier die nummer eures broker containers 1 so so sollte das ganze aussehen dann machen wir ein steuerung x 1 y und speichern das ganze und bestätigen das ganze mit einem enter so als nächstes müssen wir noch ein paar rechte abändern das machen wir jetzt mit change mod also einfach den befehl hier ein tippen oder kopieren copy paste wie gesagt die befehle findet ihr auch in der video beschreibung bestätigen das ganze dann sollten die rechte hier abgeändert werden das problem bei der ganzen geschichte ist jetzt dass sobald ihr den ja den proxmox server neu startet gehen diese rechte wieder verloren und damit das ganze nicht passiert fügen wir diesen textinhalt bzw fügen noch eine datei hinzu und mit diesem textinhalt und dann verhindert dieser textinhalt bzw diese datei verhindert dass ja dass die rechte wieder verloren geht so muss noch ein bisschen üben alles verlernt nach sechs wochen glaube ich wo ich nicht da war okay so als nächstes erstellen wir wie gesagt diese datei das machen wir mit nano also wir erstellen eine datei in diesem verzeichnis bzw eine rule und die rule heißt 50 minus y 50 minus my y rules also einfach bestätigen das ganze und dort fügt ihr jetzt diesen textinhalt hier hinzu hier hatten wir die geräte hersteller bezeichnung eingetragen und hier die produkt id und bestätigen das ganze einmal mit steuerung xy und enter so ich merke hat heute ist wirklich nicht mein tag ich habe mich auch hier wieder verschrieben also etc sollte das ganze heißen öffnen das fügen unseren ja inhalte wieder hinzu sagen ihr steuerung xy und speichern und dann sollte diese datei erstellt worden sein und diese datei verhindert halt dass die verbindung zwischen dem usb stick und dem container verloren geht so und zu guter letzt oder fast zuletzt müssen wir das ganze die wohl noch mal neu starten oder neu laden das machen wir mit folgendem befehl also de vdm so so sollte das ganze aussehen bestätigen das ganze und dann sollte das ganze neu geladen werden jetzt müssen wir noch einmal unseren container stoppen also hier den 103 das machen wir mit pct stoppen und dann eure container id bestätigen das ganze erwarten einen kurzen augenblick also wir führen jetzt so ein kaltstart durch oder ja ein neustart kalt starten neustarte durch also und machen dann hier noch mal pct start 103 wartet einfach bis das ganze hier grau ist und dann könnt ihr das ganze wieder starten und so und jetzt sollte normalerweise der usb stick durchgereicht worden sein ich empfehle euch macht ein neustart eures proxmox system und schaut nach dass der stick dann durchgereicht wird also bevor ihr euch darauf verlasst dass das ganze funktioniert macht am besten einmal ein neustart fahrt den proxmox server einmal runter also richtig runterfahren wartet bis der aus ist und dann schaltet den noch mal ein und guckt dass dann alles funktioniert und alles durchgereicht wird wie ihr das überprüft ganz einfach ihr geht in euren broker also in den container lockt euch dort an oder meldet euch dort an und macht als erstes mal ein ls usb um zu sehen dass das ganze überhaupt vorhanden ist so das heißt hier das ganze ist einmal hier vorhanden dass es im normalfall ist es sowieso zu sehen aber jetzt machen wir um zu sehen dass das ganze durchgereicht wurde und dass die rechte vorhanden sind machen wir ein ls minus l und dann und wenn alles funktioniert hat sollte dieser tt y acm wie auch immer hier erscheinen und die rechte sollten genauso aussehen wie hier also wir hätten hier einmal crw minus rw minus rw minus und hier sollte nobody und nur group stehen hier die 166 also im endeffekt sollte es wirklich hundertprozentig genauso aussehen wie hier nur dann funktioniert das ganze oder hat dann funktioniert und das ganze wurde durchgereicht wenn das ganze nicht funktioniert beziehungsweise die rechte nicht vorhanden sind dann einfach das ganze noch mal probieren ich verlinke euch auch noch mal die das iobroker forum wo das ganze auch noch mal gepostet ist oder die bedienungsanleitung dort steht das ganze auch noch mal drin so wie es euch jetzt hier gerade eben gezeigt habe und könnt euch dort noch mal vergewissern dass alles richtig gemacht wurde ok wenn das hier soweit in ordnung ist geht ihr in euren iobroker und öffnet den sickby adapter bzw ich mache das ganze hier zuerst mal weg was mir gerade einfällt ich habe dennoch gar nicht runtergeladen also sickby ich verwende nicht den dekons ja den dekons adapter denn dann müsstet ihr noch die dekons software soweit ich weiß installieren ich verwende hier diesen sickby adapter und installiere den mal schnell und dann gucken wir uns an wie ihr das ganze in betrieb nehmt so installation abgeschlossen als erstes gehen wir hier zu den einstellungen und sagen hier wo sehe ich an welchem com anschluss sich der sickby adapter befindet manchmal dauert es eine kleine zeit bis das ganze hier angezeigt wird bzw hier können wir schon mal auf dekons und kombi je nachdem was ihr verwendet wählt ihr hier irgendwas anderes aus so falls es nicht erscheinen sollte auch kein problem einfach hier dev reinschreiben und tt yacm 0 das war ja der port wo das ganze angeschlossen wurde das hatten wir hier also tt yacm 0 das tragen wir hier ein hier wählt ihr euren combi stick aus hier solltet ihr im normalfall das ganze abändern auf eine eine eigene id also das ganze nicht zu lassen und genau das gleiche auch hier mit diesem transport key den einfach ein bisschen abändern damit ja der einmalig ist und nicht diesen schlüssel hier verwendet ich lasse das ganze jetzt so da das eh nur eine testinstallation ist aber ansonsten wenn ihr das ganze gemacht habt dann im normalfall sollte es das gewesen sein ich hoffe ich habe hier nichts vergessen sagen hier einmal speichern und schließen und wenn alles gut gegangen ist sollte der adapter jetzt gleich grün werden so wunderbar ist grün geworden jetzt wieder rot das nicht gut jetzt ist er wieder grün ok jetzt hat er sich gefangen ansonsten in die loks gucken was nicht stimmt aber im normalfall sollte das ganze ohne probleme funktionieren ok jetzt fügen wir ein gerät hinzu also ihr seht auch der wurde hier hinzugefügt und wir fügen unser erstes gerät hinzu das heißt wir gehen hier auf dieses koppeln starten nehmen unseren ja in meinem fall ist es hier so ein aquara sensor bringt ihn in den kopplungs modus und dann seht ihr auf dem monitor interview startet und dann sollte sich das ganze gleich verbinden so ich habe das gefühl da fehlt noch was denn normalerweise ach jetzt ist es gekommen hat ein bisschen gedauert also wartet ein bisschen ab und ihr seht jetzt hier der aquara sensor wurde gefunden können hier auf ausblenden gehen da das ganze drin ist jetzt machen wir mal ein simpel klick dann sollte das ganze hier angezeigt werden so ein double klick so das ganze hat auch funktioniert und das gleiche macht ihr halt auch mit solchen philips u lampen ich probiere das ganze mal zu demonstrieren so damit das ganze funktioniert mit einer normalen philips u lampen also die lampe zuerst mal entkoppeln ich hoffe ich habe das jetzt richtig entkoppelt weil ansonsten funktioniert das ganze nicht ihr schaltet eure lampe ein und er geht hier nochmal auf suchen und dann sollten sich die gleich miteinander verbinden wenn alles funktioniert hat und ich die richtig entkoppelt habe ich muss noch mal aufs handy gucken aber sieht gut aus also er hat sie es wurde entkoppelt und das gerät ist verfügbar und taucht hier auf also wir können mal gucken hier ändern das funktioniert können die lampe ein und ausschalten funktioniert auch also wie gesagt achtet aber darauf dass die geräte entkoppelt sind vor allem bei den philips u lampen und ansonsten wie gesagt jetzt am besten noch mal das proxmox system runterfahren gucken dass das auch automatisch gestartet wird und das war es dann im endeffekt so ich hoffe ich konnte euch mit dem video weiterhelfen würde mich über einen daumen hoch und ein abo sehr freund und nicht vergessen die kleine glocke zu aktivieren damit ihr benachrichtigt werdet sobald ein neues video online ist und kommentar dürft ihr auch gerne da lassen ist kostenlos in diesem sinne bis zum nächsten mal macht's gut und viel spaß mit eurem sich wie und proxmox und dann wir ein das 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 Vielen Dank.